Was tut sich im deutschen Film? Wir suchen uns Monat für Monat einen deutschen Film aus, den wir für herausragend und künstlerisch innovativ halten und laden den Gast dazu ein. Normalerweise macht es ein Kritiker oder eine Kritikerin von uns, aber in diesem Fall haben wir das umgedreht und Urs Spörri, hier vom Deutschen Filmmuseum, wird das Gespräch führen. Der Film, den wir für herausragend und künstlerisch innovativ halten, ist Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film von Joachim Lang. Joachim Lang ist auch da und ist unser Gast. Und nach dem Film wird Urs mit ihm ein Werkstattgespräch führen. Die Reihe übrigens, wenn ich da noch ein bisschen angeben darf, hat eine lange Tradition. Es gibt sie jetzt im 14. Jahr. Im Mai 2005 war die erste Vorstellung mit Rosa von Braunheim. Es gibt auch noch eine andere Tradition. Das ist die, dass wir vor dem Film immer einen Kurzfilm zeigen. Das machen wir auch schon seit langer Zeit. Das hier ist ein Haus, was der Geschichte des Films und der Medien verpflichtet ist. Und wir wollen damit auch an Zeiten erinnern, als ein Kurzfilm ein fester Bestandteil des Kinoprogramms war. Der Kurzfilm, den wir ausgesucht haben, heißt die Telefonbuchpolka von Bernd Switschinski. Es ist ein Animationsfilm und wir haben den deswegen ausgewählt, weil es da auch um eine Anverwandlung einer literarisch-musikalischen Vorlage geht. Den gucken wir jetzt und dann darf ich unseren Gast auf die Bühne bitten. Viel Spaß. So, bevor ich den Regisseur Joachim Lang auf die Bühne bitte, vielleicht noch ein paar Worte zu seiner Biografie. Er ist in Sachen Brecht ein absoluter Spezialist. Er hat darüber promoviert und hat lange Jahre das Brecht-Festival in Augsburg geleitet. Hat viele Projekte für das Fernsehen gemacht. Vielleicht ist Ihnen noch in Erinnerung 2013 der Zweiteiler George über den Schauspieler Heinrich George, in dem Götz George, der Sohn, seinen Vater gespielt hat. Und jetzt ist er hier mit Maggie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Bitte begrüßen Sie Joachim Lang. Schön, dass Sie da sind. Besten Dank. Vielleicht nur ganz kurz, weil die eigentliche Show kommt ja nach dem Film, vielleicht nur ganz kurz ein paar Worte. Der Film war ja der Eröffnungsfilm des Filmfests München, also nicht der Eröffnungsfilm der deutschen Reihe, sondern des gesamten Filmfests München. Wie war das? Wie kam der Film an? Wie haben Sie das erlebt? Ja, das war natürlich für uns ein schöner Start, das Filmfest in München zu eröffnen. Wir wussten natürlich, wie es gerade als Eröffnungsfilm wird, wie es beim Publikum ankommt, waren sehr zufrieden. Aber die eigentliche Premiere ist erst am Montag, am 10. September, am 13. starten wir. Und ich bin gespannt, wie Sie es finden. Dann, wie gesagt, die Show kommt nach dem Film. Dann besten Dank nochmal, dass Sie da sind und viel Spaß mit dem Film. Viel Spaß. Ja, an dem Platz nochmal willkommen von meiner Seite. Zunächst vielleicht noch die Information, wir reden zuerst mal so eine halbe Stunde unter uns und dann haben Sie die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Und ja, was für ein großartiges Mammutprojekt, was du da auf die Beine gestellt hast. Vielleicht, bevor wir auf das ganze Werk eingehen und was dahinter steckt, erst mal, wer du bist eigentlich. Wir haben gehört, du bist großer Brecht-Experte, aber eigentlich arbeitest du beim SWR, du bist Redakteur, ne? Ja, ich bin Ressortleiter für Sonderprojekte Musik und Theater. Arbeite im Theater, war acht Jahre lang Leiter des Brecht-Festivals in Augsburg, habe im Theater inszeniert und mache Filme. Das ist eigentlich mein Hauptberuf, Autor und Regisseur. Genau. Und beim SWR hast du durchaus eine Vergangenheit, die auch vielleicht überraschen mag, wenn man denkt, großer Brecht-Experte. Du hast den Tigerenten-Club erfunden. Magst du uns dazu was sagen? Wie kam es denn dazu? Das ist über 20 Jahre her und vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, als mein Sohn mit meinen Freunden da saß, der ist 29, dass er, was dein Vater alles macht, aber das Wichtigste hast du verschwiegen, er hat auch den Tigerenten-Club erfunden. Nein, das ist wie bei Topen Fiers Moretti vielleicht, sein Kommissar Rex. Damals hat mein Direktor gemeint, er braucht eine Nachfolgesendung für den Disney-Club, der zu ACL gegangen bin und hat gesagt, sie haben Kinder, jetzt machen sie das, überlegen sie sich was und dann habe ich den Janus dazu gebracht und habe den Tigerenten-Club damals erfunden. Wahnsinn. Wir lieben den alle und wir sind natürlich gespannt, wie du trotzdem dann jetzt zu Brecht übergegangen bist, weil du beschäftigst dich ja schon wirklich lange mit Bertolt Brecht. Weißt du noch einen Moment, wo du sagst, da hat es angefangen, diese Brecht-Leidenschaft? Nein, es waren die wilden 70er, die politisch interessierten 70er Jahre. Als ich zu studieren begonnen habe, bin dann auch zum ersten Mal ins Archiv, ins damalige Ost-Berlin, über die Kriegsfibel habe ich meine Arbeit geschrieben, hat mich beschäftigt. Es war politische, ästhetische Motive, hat mich nicht mehr so ganz losgelassen. Mal weniger habe ich auch meine Dissertation über die Verfilmung vom epischen Theater geschrieben. Also wie kann man ein Theater, das per se sagt, es ist was Gezeigtes, Vorgefurtes, in eine Kunstform übertragen, die auf der Abbildung der Wirklichkeit basiert. Und habe dann auch einen Dokumentarfilm gemacht und habe dann eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen gehabt. Und dann haben die mich aus Augsburg gefragt, ob ich das Brecht-Festival leiten möchte oder neu entwickeln möchte. Da konnte ich natürlich auch auf dem Theater oder auch im Berliner Ensemble auch Texte ausprobieren, mit Texten arbeiten, die glaube ich auch dann gut waren als Grundlage für den Film. Abgesehen davon kam ich nicht nur mit Schauspielern, auch mit den Arben enger in Kontakt. Ich habe dieses Konzept, die Drei-Groschen-Oper zu verfilmen, verfolge ich eigentlich schon so seit 15 Jahren. Für mich wäre es nicht interessant gewesen, einfach die Drei-Groschen-Oper nur zu zeigen, einen Kostümfilm draus zu machen, sondern ich habe schon früh entdeckt, dass es ein kaum beachtetes Exposé von Brecht gibt mit dem Namen Die Beule. Das sind ein paar Seiten, eine Filmversion der Drei-Groschen-Oper mit kaum Dialogen drin. Aber so erste Skizzen, da ist einiges in meinem Film drin. Die Übernahme der Bank, die in der Oper ja nur angedeutet ist, wird ja da vollzogen. Die werden Banker, Brecht selber konnte den Film selber nie realisieren, weil er 1933 ins Exil flüchten musste, hat dann im Exil noch den Drei-Groschen-Roman geschrieben, in 400 starken Seiten Roman. Aus dem nehme ich auch einige Dialoge, sodass ich den ganzen Drei-Groschen-Komplex als Vorlage hatte. Mit der Idee bin ich dann vor 15 Jahren schon mal zu den Erben gegangen, zu den Brecht-Erben, die ich kannte. Sie konnten es sich damals noch nicht so richtig vorstellen. Die Barbara Brecht-Schal ist natürlich, man muss es auch sehen, die Erben. Das ist das Hauptstück, was die weltweite Wirkung betrifft und habe dann ein paar Jahre gebraucht. Es gab viel Konkurrenz und 2014 habe ich dann die Zusage bekommen, das in dieser Form zu verfilmen. Was waren die Hauptschwierigkeiten aus deiner Sicht? Weil es sind ja auch nicht nur die Brecht-Erben, es sind auch die Weil-Erben, die in dem Fall überzeugt werden müssen. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass Brecht und Weil sich auch nicht in allem einer Meinung sind. Aber es ist einfach ein Hauptstück. Und es gab Hollywood-Produktionen, die das machen wollten mit ganz anderem Konzept. Es gab sogar mal den Plan, einen Trick zu machen. Und ich bin dran geblieben und habe eben es gewissenhaft weiterbetrieben und habe dann den Zuschlag bekommen von der Tochter von Brecht, von Barbara Brecht-Schal. Und die ist 2015 gestorben und ihre Töchter, also die Enkel, Enkelinnen von Brecht, Johanna und Jenny, die eine Regisseurin, mit der ich immer wieder zusammengearbeitet habe, die andere Kostümbildnerin, die haben mir dann noch den Schritt weiter genehmigt, dass ich in der Rahmenhandlung alles, was Brecht ist, verwenden darf. Brecht spricht mit Zitaten aus seinem Werk, der eine oder andere wird es gemerkt haben, da ist Galilei, Baal, Sezuan, Dickicht, da ist alles drin. Und wenn Sie die Rezeption von Brecht ist ja bekannt sehen, ist es glaube ich schon eine neue Zeitrechnung in der Brecht-Rezeption, dass man so frei mit dem Material umgehen kann. Das muss ich noch mit den Weil-Leuten vereinigen, denen geht es natürlich vor allem um die Musik, da gab es die Vorgabe in der Tonhöhe zu singen, was ich aber richtig finde, von der Anlage her richtig finde. Und ich hatte den H.K. Gruber dafür gewonnen als musikalischen Leiter, für mich der weltweit Beste, der mit Weil zu tun hat, mit dem Ensemble Modern, kennen Sie vielleicht die CD-Aufnahmen, auch in Salzburg hat er eine Aufführung gemacht, ein wunderbarer Musiker und mit dem haben wir zusammengearbeitet. Die Drei-Groschen-Oper ist ja von Brecht und Weil konzipiert für Schauspieler, die auch singen, anders als die reine Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Und so haben wir uns da auch gesanglich immer mehr angenähert. Da gibt es mehrere Anknüpfungspunkte, auf die wir alle zu sprechen kommen müssen. Vielleicht aber vorweg, wenn Sie Interesse daran haben, zu sehen, wie das eigentlich wirklich in der Arbeit von Stadten ging, zum Beispiel auch von H.K. Gruber mit den Schauspielern. Morgen Abend um 22.45 Uhr, wie wenn es abgesprochen wäre, läuft im SWR eine Dokumentation über die Dreharbeiten und die Entstehung dieses Films. Eine Stunde lang, das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ja, vielleicht zunächst mal Drehbuch. Wie stellt man sich das vor? Du hast alles gelesen, natürlich, was Brecht je gesagt, gemacht, gedacht hat. Wie baut man das zusammen, dass das so eine homogene Masse ergibt, noch dazu in diesen unterschiedlichen Ebenen? Ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor und gleichzeitig kompliziert. Ja, zunächst war klar, ich möchte die Drei-Groschen-Handlung nicht in der Form der Oper erzählen. Es geht auch meiner Ansicht nach nicht. Allein die Hochzeitszene, auch wenn Sie es im Theater sehen, ist ja bestimmt 30, 40 Minuten lang. Ich habe von der Drei-Groschen-Handlung die Oper gehabt, ich habe das Exposé gehabt und den Roman und daraus mache ich eine Drei-Groschen-Handlung und verbinde das mit einer Rahmenhandlung, die ins Berlin der 20er Jahre führt, mit Brecht als Mittelpunkt seines Freundeskreises. Ich beginne mit dem Tag der Uraufführung, mit den ganzen Grächen, die inzwischen Legende geworden sind. Da haben so viele Leute darüber geschrieben, die habe ich in der Anfangsszene drin und verfolge das Ganze bis zum 28. Februar, bis zur Nacht vom Reichstagsbrand, als Brecht flüchten musste, mit dem Höhepunkt, dem Prozess. Die Filmfirma kam ziemlich bald nach der Uraufführung auf Brecht zu und wollte den Erfolg an der Kasse in bare Münze umwandeln. Es war ziemlich früh klar, dass es Schwierigkeiten gibt. Brecht wollte seine Vorstellungen, seine ästhetischen Vorstellungen vom epischen Theater auf einen Tonfilm übertragen. Der Tonfilm wurde ja erst kurz vorher erfunden. Er wollte etwas Neues probieren. Gleichzeitig ist er auch ästhetisch in der Zeit radikaler geworden, aber auch politisch in der Zeit. Sie haben es ja in meinem Film gesehen, war der 1. Mai 29, der Blutmai in Berlin. Und im Herbst die Weltwirtschaftskrise, die wirklich zu bitterer Armut auch in Deutschland geführt hat. Und Brecht hat aus seiner Oper nicht das gemacht, was man sich versprochen hat, vielleicht ein leichteres Singspiel, ein Musical, sondern wirklich eine bissige, gesellschaftskritische Satire gemacht. Und dann war es klar, dass es zum Prozess zwischen der Filmfirma und Brecht auf der anderen Seite kommen musste. Und dann hat er eben etwas Besonderes gemacht, was, glaube ich, in der Geschichte ganz selten ist, dass ein Dichter die Öffentlichkeit seiner Zeit inszeniert. Er hat einen Prozess angestrengt, von dem er sagt, wenn ich verliere, dann habe ich Recht, weil ich will die ganze Gesellschaft vorführen, auch die Justiz vorführen. Nämlich, dass inzwischen die kapitalistische Gesellschaftsform so weit ist, dass sowieso, egal was im Gesetzbuch steht, das Kapital, das schon 800.000 Mark investiert hat, Recht bekommt. Also er musste verlieren, um sozusagen Recht zu bekommen. Ein Dichter verlässt sein Medium, das Theater, und inszeniert die Wirklichkeit, indem er die Richter, die Staatsanwälte, die Rechtsanwälte, aber auch die Presse zu Schauspielern macht. Das hat es, glaube ich, in der deutschen Geschichte oder überhaupt in der Geschichte noch ganz selten, wenn überhaupt noch nicht gegeben. Ja, ich finde, es ist ein ganz genialer Coup, weil er halt diese ganzen Ebenen zusammenhält, letzten Endes. Und der Prozess tatsächlich, der hat ja auch etwas Aktuelles, weil vielleicht haben Sie von Terry Gilliam gehört, der Mann, der Don Quixote war, der witzigerweise jetzt auch genau beim Filmfest München parallel zu eurem Filmpremiere hatte, der auch einen Prozess angestrengt hat, ganz lange gegen seinen Produzenten. Und das heißt, es ist wieder mal seiner Zeit voraus irgendwo gewesen. Es gibt ja diesen Film trotzdem, der dann entstanden ist, gegen den er geklagt hat. Und das ist immerhin von G.W. Papst. Die Büchse der Pandora hat er zum Beispiel ja gemacht gehabt. Und ja, wie fand Brecht den? Wie findest du den? Magst du uns da was erzählen? Weil wir zeigen den natürlich passenderweise morgen und kommenden Dienstag hier, jeweils um 18 Uhr. Was kann man über diese Verfilmung sagen, gegen die er so gekämpft hat? Reicht hat sie ganz schlecht dargestellt. Er hat eine Verschandelung der Drei-Groschen-Oper. Er hat keine Polemik gegen diesen Film ausgelassen. Ich finde, er ist nicht so schlecht, wie Brecht tut. Aber es ist natürlich nicht das, was er in seinem Exposé hat und auch nicht das, wie ich es mir vorgestellt hätte. Der Papst war ja durchaus politisch, kann man durchaus sagen, links. Die freudlose Gase, seine Filme zählen schon dazu. Nur Brecht war der Gnadenlose, hat sich ja auch mit linken Schriftstellern angelegt. Er wollte seine Konzeption, seine ästhetischen Vorstellungen, dieses Zeigt, das ihr zeigt, das wollte er in den Film übertragen und war auch sonst kompromisslos. Er wollte auch das Medium sichtbar machen, immer klar machen, hier ist man in einem vorgeführten Film, was mit Papst und der Filmfirma nicht zu machen war. Ich finde, der Film hat durchaus interessante Ansätze. Man spürt, am Anfang ist einiges noch von Brecht auch drin. Aber es ist nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Später gab es ja nochmal eine Verfilmung. Von Staute. Also die dritte von Staute mit allen möglichen... Kurt Jürgens, Gerd Fröbe, Hildegard Knef. Ja, Sammy Davis Jr. und so weiter. Nicht richtig, auch nicht richtig gut angekommen. 1963 auch, mehr eine Verfilmung vom Bühnenstück. Brecht hat selber ja gesagt, wenn man Theater in den Film übertragen will, darf man es keineswegs so lassen. Es wäre Unfug, es wenig verändert zu verfilmen. Man muss es dem Medium anpassen und deswegen auch die Fabel ändern, um den Gehalt beizubehalten. Weil, was ich auch noch spannend finde, gerade wenn man diesen Film jetzt gesehen hat von dir, dass dort ja wirklich die echte Carola Neher und die echte Lotte Lenya zum Beispiel auch mitspielen. Wie hat Brecht denn darauf reagiert, dass sein engster Kreis dann quasi mit dem Feind koaliert hat? Gibt es da irgendwas, was du uns sagen kannst? Ach, der Brecht war da manchmal ganz pragmatisch. Ich habe einen Schüler von ihm kennengelernt, Manfred Wegwerth, der auch bei der Puncila-Verfilmung von 1955 mit Cavalcanti dann mitgewirkt hat. Und gegen die hat er auch gewettert. Das ist dann in Wien gedreht worden. Und er hat gesagt, jetzt mach dir ein paar schöne Tage und geh da hin. Und so kann ich mir vorstellen, dass er auch da ganz pragmatisch, es ist nicht belegt, was er gesagt hat, auch zu Carola Neher und zu Lotte Lenya, die ja die Frau von Weil gesagt hat, mach da ruhig mit. Er hat das vieles da nicht so dogmatisch gesehen, wie man es unterstellen muss. Das ist auch da nachweisbar, weil er in der Zeit mit Carola Neher weiter an Johanna und an andere Dinge gearbeitet hat. Also ich glaube, das war nicht so eine Feindschaft, das war eine Polemik, die in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Aber dass seine Schauspieler da nicht mitmachen dürfen, so weit ist es nicht gegangen. Wenn wir über Schauspieler reden, reden wir über die Schauspieler in deinem Film. Ein ganz wunderbares Ensemble, wie ich finde. War das von Anfang an für dich so auch schon klar, als du geschrieben hast, Eidinger muss Brecht spielen zum Beispiel? Was war, wie hast du gecastet? War auch wichtig, wie gut können die singen? Wie viel Brechts haben die schon im Blut sozusagen? Haben die das vielleicht schon am Theater gespielt? Wie bist du da vorgegangen? Also die Hauptrollen hatte ich im Kopf, allen voran Lars Eidinger. Ich wüsste nicht, welche Alternative ich gehabt hätte. Das war mir ganz wichtig, dass Lars den Brecht spielt. Sie haben ihn zumindest zum Teil im Theater gesehen, was er mit Hamlet und Richard III. macht. Das ist unglaublich und er hat die Größe, diese ganz schwierige Rolle zu spielen. Wir haben lang experimentiert, wie wir es anlegen sollen. Sollen wir Dialekt verwenden? Wie ist es mit dem Imitieren? Und da wäre es für uns und für Brecht auch nicht das richtige Verfahren, wenn man sagt, man versucht, so eine Arbeitsweise nachzustellen. Lars ist ja auch wesentlich größer, als Brecht war. Aber es geht mir nicht darum, ihn zu imitieren, sondern anders zu finden. Ich habe ja alles, was Brecht sagt, sind Zitate. Ich versuche nicht, ihm nahe zu kommen, indem ich was nachmache, sondern ich versuche, dem Dichter mit seiner Kunst näher zu kommen, mit seinen Worten, mit seinen Werken. Das ist für mich der Weg, den Zugang zu seinem Denken, zu seinem Spirit zu finden. Und den Weg ist Lars mitgegangen. Es hat eine gewisse Künstlichkeit, die gewollt ist. Es ist mir auch nicht unrecht, wenn man sagt, Eidinger spielt Brecht, der verlässt es auch. Das ist auch so eine gewisse Art von Kunstfigur. Also das war für mich ganz wichtig. Dann andere Rollen. Für mich war auch klar, dass es auch zu Tobias Moretti keine Alternative gibt. Der hat vor kurzem, kurz davor in Wien, die Oper gespielt, hat sie da aber den Meckis mehr als Held, vielleicht auch so als romantische Verklärung von Räuber angelegt. Ich habe versucht, mit ihm so zu arbeiten, dass es auch so etwas Ironisches hat. Es war selbstironisch. Es ist ja auch immer, habe ich am Anfang den Schauspielern gesagt, jeder hat an der Schauspielschule schon von oder später am Theater mit Brecht zu tun gehabt. Und dann ist immer dieser große theoretische Ballast, was ist episches Theater, was ist V-Effekt, was ist neben der Rolle, wie soll man das machen, neben der Rolle stehen. Und mein Anliegen war, erst mal diesen Ballast wegzulassen und zu sagen, was ist Verfremdung. Verfremdung heißt ja eigentlich nicht mehr als einen Gegenstand, das Vertraute zu nehmen ist, als fremd zu empfinden. Und das kann man mit verschiedenen Möglichkeiten. Das kann man zum Beispiel mit Humor, schafft eine gewisse Distanz. Die erste Szene, die ich mit Tobias erarbeitet habe, war die Gefängnisszene. Da geht er nicht her und staucht die Lucy zusammen, wenn sie reinkommt, sondern es ist so eine Rolle, den muss man schmunzeln über den Maggie. Er ist einer, der es eigentlich auch nicht richtig hinkriegt. Die Frauengeschichten wachsen ihm über den Kopf und er schafft es auch selber nicht, die Lösung herbeizuführen. Was macht er? Er ist zu blöd, geht ins Bordell, lässt sich verhaften, geht ins Gefängnis. Und wer muss es retten? Und das ist bei mir neu. Die Frau, die starke Frau, die Polly muss es retten. Sie ist zu klug und kauft die Bank, während Maggie's sich am Schluss dann befreien lässt und dann eine kluge Rede noch hält, die vielleicht auch an amerikanischen Präsidenten erinnert. Aber machen tut es letztendlich die Polly. Und da war für mich Hannah Halsprung die Schlüsselfigur, die ja drei Rollen spielt. Sie spielt die Karolinea, also eine Schauspielerin spielt eine Schauspielerin. Und diese Schauspielerin spielt wiederum die Polly, die bei mir auch eine weitere Entwicklung hat. In der Oper ist sie mehr das naive junge Mädchen. Und bei mir macht sie ja die Wandlung dann zu einer selbstbewussten Frau, die letztendlich Bankdirektionen hat. Sie hat eigentlich drei Rollen zu spielen, auch eine schwierige Geschichte. Wenn wir über die starken Frauen reden, dann finde ich ganz spannend, dass da auch Figuren auftauchen, von denen ich jetzt vorher zum Beispiel gar nicht so viel wusste. Diese Elisabeth Kaufmann, Perry Baumeister spielt sie. Hauptmann. Hauptmann, Entschuldigung. Die ist ja unfassbar wichtig für Brecht, weil sie ja das Stück erst aus dem Englischen übersetzt hat, wie ich eben da lerne. Und dass die ja wirklich im Hintergrund so ein bisschen fast die Strippen gezogen hat. Wie hast du diese Figur zum Beispiel erarbeitet? War dir von Anfang an klar, dass die so eine wichtige Rolle dann auch spielen muss? Und dass das vielleicht auch nochmal was ist, das Brecht-Universum heute nochmal anders zu erklären, als man es vielleicht so überliefert bekommen hat? Elisabeth Hauptmann hat eine ungeheure wichtige Funktion für ihn. Sie hat sich vielleicht selber, es gibt einen Film über sie, der heißt Die Mitarbeiterin. Sie hat sich gesehen vielleicht auch so, aber sie hat viel mehr, wie überhaupt die Frauen, viel mehr mitgewirkt, als es normalerweise gesehen wird. Sie hat sein ganzes Leben, sein berufliches Leben geordnet. Sie hat ihn auf die Drei-Groschen-Oper gebracht, auf die Beggars-Opera von John Gay. Sie hat es übersetzt. Brecht konnte damals überhaupt nicht Englisch. Und sie hat ihn darauf hingewiesen. Später war das Margarete Steffin, die er kennengelernt hat. Und im Privatleben, aber auch zum Teil im künstlerischen Leben, war das Helene Weigl, die spätere Intendantin des Berliner Ensembles. Ohne die Helene Weigl wäre das nichts geworden. Als Brecht von Augsburg nach Berlin gekommen ist, war er nach kurzen Zeiten der Charité ja zu viel getrunken. Es war sehr chaotisch. Helene Weigl hat sein Leben überhaupt geordnet. Und letztendlich bis zum Schluss, als er von den USA in der Schweiz nach die DDR kam, war sie Intendantin des Berliner Ensembles. Nicht Brecht, er war der wichtigste künstlerische Mitarbeiter. Aber organisiert hat sie sein Leben und sein Theater. Wir haben ja beim Filmfest München auch schon so ein Gespräch geführt wie jetzt hier. Und da saßen dann fünf deiner Darsteller eben auch mit auf der Bühne. Unter anderem auch Robert Stadelober. Und der hat einen ganz spannenden Satz gesagt. Wie ich finde, der ist mir zumindest in Erinnerung geblieben. Er hat gesagt, ich spiele diesen Kurt Weil. Und da ist eine Riesenverantwortung dahinter. Weil niemand hat ein Bild von Kurt Weil im Kopf. Und ab jetzt bin ich das Bild von Kurt Weil. Und ich finde, da steckt schon sehr, sehr viel drin. Hast du diese Verantwortung auch gespürt? Und wie historisch korrekt muss das dann sein, damit man da nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt? Ja, das ist einmal natürlich auch vom Publikum Verantwortung, aber natürlich auch für den Figuren die Verantwortung. Wir haben jede Figur im Detail erarbeitet. Ich kenne jedes Wort. Es gibt lange Interviews mit Elisabeth Hauptmann. Es gibt wahnsinnig viele Briefe. Es gibt auch neue Veröffentlichungen, Briefe zwischen Lotte Lenya und Kurt Weil. Da ist es schon ganz wichtig, die Verantwortung zu haben, dass es gerecht dargestellt wird. Man spürt vielleicht in dem Film, hoffe ich das, wie die Zusammenarbeit zwischen den Frauen war, auch in der kurzen Zeit zumindest angedeutet und auch zwischen Weil und Brecht war. Es war eine einzigartige Zusammenarbeit, wie es, glaube ich, in der deutschen Geschichte selten gibt, zwischen einem Komponisten und zwischen einem Dichter. Es war ja, was vor der Geschichte von meinem Film ist, dass Aufricht dieses Theater aufmachen wollte und wenig Zeit war. Und Brecht hat ein bisschen geblufft und hat schon getan, als ob er mit der Drei Groschenoper weiter ist, wie er tatsächlich war. Dann sind die nach Südfrankreich gefahren, nach Le Lavandou und haben dann sechs Wochen Zeit gehabt, um das zusammen zu erarbeiten. Brecht war ungeheuer musikalisch, hat in seiner Jugendzeit Lieder geschrieben, hat immer wieder Melodien vorgeschlagen. Und es war ein Hin und Her, es war wirklich eine echte Zusammenarbeit zwischen Musiker und Textdichter, wie es ganz selten möglich ist. Später hat er es mit Eisler vielleicht so hingekriegt, aber ich glaube, die Höhepunkt seines Schaffens von beiden, auch von Weil, war diese kurze Phase in der Weimarer Republik. Und was denen eben gelungen ist, auch was ganz selten gibt, das hochanspruchsvolle, künstlerisch hochstehende Musik- und Sprachkunstexperimentellen mit den Methoden des neuen Theaterspielen gleichzeitig ein Massenpublikum erreicht, das ist, glaube ich, ziemlich singulär. Und das ist da gelungen, das ist das Besondere. Bevor Sie auch Fragen stellen können, ist es natürlich noch wichtig, diese Überleitung in die Moderne einmal zu besprechen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach war, vielleicht durchzusetzen. Du kennst das ja von Redakteursseite, dass man dann so versucht, vielleicht wird da gerade ein bisschen viel alles zusammengebracht. Ich finde es ja wahnsinnig wichtig, weil für mich spielt Moretti hier so einen modernen Trump tatsächlich, wie du es ja auch schon gesagt hast. Und ganz viele Anleihen sind natürlich drin an die Bankenkrise und wie eben Geschäftsleute immer mehr Einfluss auf die Politik nehmen. Da ist ganz, ganz viel drin. Aber trotzdem, diese Szene sich zu trauen, dass die sich auf der Brücke verwandeln, die Kostüme sich ändern, alles und die da reingehen und dann wir wirklich in so einer quasi fast Science-Fiction-Welt dann sind. Wie hast du das entwickelt und bist du da auf Widerstände gestoßen? Ich habe den Film so gemacht, wie ich ihn für richtig finde. Ich musste manchmal auch kämpfen drum, aber ich habe ihn dann so gemacht, wie ich es für richtig finde. Und diese Geschichte von dieser Brückenszene, es war ja in der Uraufführung noch nicht drin. Am Schluss in dieser Geigenszene sagt McGease noch nicht die Szene, die er später dann sagt, in einer späteren Version. Das thematisiere ich ja auch im Film. Was ist ein Einbruch gegen die Gründung einer Bank? Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Sie kennen diese Sätze alle, die sagt er unterm Geigen. Er deutet damit schon an, dass er später mal ins Bankgeschäft gehen will. Da muss er sich die Finger nicht schmutzig machen. Und im Film wird er das vollzogen. Also ich musste ein optisches Äquivalent für diese Worte suchen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Wir armen kleinen Handwerker, die noch an den Nickelkassen hantieren, mit dem Stimmeißen, sind ein untergehender Stand. Die Bankiers sind die Zukunft. Und Precht hat es schon angedeutet in seinem Exposé. Da sagt er, die bärtigen Räuber überschreiten eine imaginäre Linie und werden zum Beherrschern des modernen Geldmarkts. Für mich war das schon so eine Idee, er hat das Wort noch nicht dafür gehabt, was man später als Morphing bezeichnet hat. Für mich war das schon angedeutet, dass es ein Morphing daraus wird. Und ich habe aus dem Räumlichen auch ein zeitliches Morphing gemacht, nämlich in die Gegenwart transportiert, dass in der Zeit die Verwandlung stattfindet. Und es ist natürlich, wenn ich das Drehbuch schreibe, immer auch von aktuellen Ereignissen geprägt. Die andere Szene auf einer anderen Brücke ist, wenn die Bettler in die Stadt dringen. Als ich das Drehbuch geschrieben habe, sind tatsächlich, habe ich in der Tagesschau die Bilder gesehen, als die Flüchtlinge von Ungarn, Österreich nach Deutschland kommen. Damals waren es ja noch viele. Jetzt gibt es ja nur noch wenige. Man tut immer so, als ob es so viele sind. Aber es sind ja jetzt wenige. Und damals sind so viele gekommen. Und diese Züge habe ich im Kopf gehabt beim Drehbuch schreiben, weil um das geht es mir natürlich auch politisch um den Film. Diese Bettler marschieren in die Städte. Sie sind nicht aufzuhalten, egal wie die Polizisten oder die Grenzpolizisten noch so sind. Sie halten nicht Schüsse, sie halten sich nicht auf. Sondern sie wollen sich ihren Teil vom Brotleib schneiden. Sie wollen in die Paläste der Reichen einfach ihren Teil abhalten. Und das, glaube ich, ist in der Drei-Groschen-Oper angelegt und bei mir hoffentlich erkennbar fortgesetzt, dass es darum geht, um eine Weltordnung, was ja schon im Grund, was ja schon in der Moritat angedeutet ist. Da heißt es ja, und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mac East, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Das heißt doch eigentlich, dass der Angriff der Bestie in freier Wildbahn nicht so schlimm ist wie das verborgene Messer. Wie die verborgenen Brutalitäten der Gesellschaft, die lautlos vor sich gehen. Und das heißt eben, diese Spaltung der Welt, auf der einen Seite Reichtum und auf der anderen Seite frappierend wachsende Armut, Ungleichheit, die letztendlich zu Bürgerkriegen, zu Hüngersnoten und auch zu Flüchtlingsbewegungen führt, das ist da angelegt. Um das geht es mir. Um andere aktuelle Fragen. Freiheit der Kunst natürlich. Um wiedererstarkendes Faschismus diese Szene, als bei mir die SA-Leute diese Versammlung mit dem Wiegenlied von Henne Neweigl stören. Danach gibt es ja so einen Dialog, den finde ich so aktuell, oder den habe ich auf die Aktualität hingeschrieben, aus Brecht-Zitaten. Aus den Bukow-Legien ist zum Beispiel dieses eine Zitat, da sagt er, das Kalb geht zu jeder schmeichelnden Hand, auch zu der seines Metzgers. Und da sagt die Helene Weigl, das sind keine Kalber, das sind selber schlechter und so. Das sind sehr, sehr aktuelle Diskussionen, die mich natürlich auch sorgen, das wiedererstarkendes Faschismus. All das ist in der Rahmenhandlung, aber auch in der Binnenhandlung mit der Kluft zwischen Arm und Reich angelegt. Ich finde, das ist dir super gelungen. Aber wie Sie das finden, darum geht es uns natürlich jetzt auch, weil Kinostart ist ja erst nächste Woche. Und es fällt ja auch der schöne Satz, wir brauchen Kinos voll von Fachleuten, wie wir Sporthallen voll von Fachleuten haben. Also ob Sie jetzt sich nun als Fachmann oder Fachfrau bezeichnen oder nicht, Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen oder zu erzählen, wie es Ihnen gefallen hat. Meine Kollegin kommt dann mit dem Mikro kurz zu Ihnen. Trauen Sie sich gerne. Ansonsten willst du natürlich auch wissen, wie es gefallen hat. Gut. Danke. Sie können noch mal ein bisschen weiter überlegen. Ich denke, es gibt noch vieles, was zu besprechen ist. Es geht auf jeden Fall auch noch um die Musik natürlich, das können wir nicht auslassen. Wir haben schon ein bisschen gehört, die Originalsongs sind natürlich übernommen worden. Aber da steckt ein Vokalensemble dahinter, da steckt ein Orchester dahinter, alles vom SWR auch. Wie habt ihr diese zusätzliche Musik gefunden? Und dann ist ja noch diese Tanzebene noch zusätzlich dabei, wo man sich ja wundern mag, wie passt denn Ballett zu Brecht? Wie würdest du das beantworten, wenn dich jemand das fragt auf der Straße? Also für mich ist ja so ein Schlüsselzitat, das lasse ich die drei Frauen in der Autofahrt nach London sagen. Das ist ein Zitat aus dem Dreikurschenprozess von Brecht. Eine Fotografie sagt heute nichts über die Wirklichkeit aus. Eine Fotografie der Grubwerke. Um die Wirklichkeit zu erkennen, ist was Gestelltes, was Künstliches, ist Kunst notwendig. Ich lasse sie auch so ironisch im Spaß dazu sagen, dass auch dieses ganze Lehrerbild von Brecht so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und ich versuche mit allen Künsten auf die Wirklichkeit zu verweisen. Und es gab die Dreikurschenoper noch nicht getanzt, aber ich wollte alle darstellende Künste vereinen. Also Theater, Musik, Sprachkunst ohnehin und eben auch Tanz. Und deswegen habe ich den Versuch unternommen, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen und somit durchsichtig zu machen, wie durch das Gewand der Butler durchzuschauen. Aber erzähl mal wirklich, wie läuft das denn am Setup? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du hast ja schon ein Riesenensemble von Schauspielern. Da sind ja noch dutzende Tänzer und dann müssen die alle sich da irgendwie absprechen. Der Kameramann muss da ja auch irgendwie durch. Wie viel Choreografie ist da dabei? Wie viele Proben? Ist das super aufwendig? Oder ergibt sich das dann auch vielleicht mit so einer Leichtigkeit, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann? Als man den Brecht mal gefragt hat, wie viele Proben er braucht, dann hat er immer gesagt, einen Tag mehr. Wie viele Tage hattest du? Ich hatte 35 Drehtage. Das war schon alles wenig. Verdammt wenig. Und es muss schon ein tolles Teamarbeit sein, dass man das hinkriegt. Natürlich kann man das vorher probieren, diese ganze Tänzen. Aber es geht oft nicht, dass man alles so probiert und schon gar nicht am Set probiert. Den lernt man da erst kennen. Von daher brauche ich einen Choreografen. Und Erik ist einer der, mindestens in Deutschland, der innovativsten mit seiner Kompanie, der sich dann aber auch so weit dann auch anpasst an die Verhältnisse des Films. Die andere Szenerie eingeengt und Ballett. Das ist ja wie im Theater alles frontal, sich auf die verschiedene Kamerapositionen einlässt. Das ist ein Zusammenspiel von allen Beteiligten, von einem Team von Künstlern. Und da gehört das Palett ganz wichtig dazu, die sich verstehen müssen und gemeinsam die Vision haben, da was Tolles draus zu machen. Das sind zwei Fragen. Zuerst drei, vier, dann die zweite Reihe. Ich habe nochmal eine Frage zum Exil. Also es war ja Kurt Weil und Bert Precht, die waren ja auch in den USA im Exil. Und dort hat ja Precht filmisch ja nichts umsetzen können. War ja auch McCarthy, war ja dann auch, er war ja selbst unter Verdacht oder nicht nur geduldet oder nur kurz geduldet. Und Kurt Weil hatte Erfolg am Broadway gehabt, ist ja sehr früh gestorben. Und lag das daran, dass Precht halt auch konsequent gesagt hat, ich will keinen Film machen, nur zum Unterhalten, sondern ich möchte halt Filme machen, um die Gesellschaft abzubilden und, ja, dass die Gesellschaft was lernt aus dem Film. Ja, also Precht war ja zunächst im skandinavischen Exil und ist dann 1941 in die USA geflüchtet. Nicht in die Sowjetunion, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern in den USA. Und das war vielleicht für ihn die schlimmste Zeit. Er war ja ein Weltstar in Europa, in Berlin der 20er Jahre und da war er nicht gefragt auch. Er hat sich schon erhofft, dass er mit seinem Arturo Uy auch in den USA den Durchbruch schafft. Aber die Filmwirtschaft in Hollywood, wo es nur um Kaufen und Verkaufen geht, das war nicht seine Welt. Man sieht hier überall Preisschildchen, man sieht sie am liebsten auch, man vermisst sie bei den Menschen. Ich gehe auf den Markt, wo Lügen gekauft werden. Ich stelle mich in die Reihe der Verkäufer. Also auch das sind so aus den Hollywood-Elegien solche Zitate. Es gab nur eine nennenswerte Filmarbeit in Hollywood. Hangman Also Die, auch Henker sterben mit Fritz Lang über das Attentat an Heidrich. Da hat Precht mitgearbeitet, aber die Arbeit hat ihn krank gemacht. Also die Zitate, die ich hier unterlege dem Precht, als die Zusammensitzende über die Filmarbeit, die resignative Phase, da habe ich einiges aus dieser Zeit genommen. Es war nicht seine Welt, einfach auf künstliche Spannungen zu gehen. Und deswegen hat er in Hollywood nichts Nennenswertes hingekriegt in der Zeit. Weil anders, weil war auch politisch-ästhetisch nicht so wie Precht, trotzdem glaube ich, dass die 20er Jahre seine große Zeit waren. Und seine großen Lieder, seine großen Songs knüpfen an diese 20er Jahre an. Also eines der bekanntesten ist ja September-Songs, kennen Sie alle. Wenn Sie hier Sorabaya-Johnny hören, bei mir im Film, dann wissen Sie, woher er seine Wurzel hat. Das waren doch für beide diese wilden 20er, glaube ich, die stärkste Zeit. Hallo. Großartiger Film, vielen Dank. Besonders neben dem Film als solchen, finde ich, war das Kostümbild und die Ausstattung fantastisch. Und meine Frage, hatten Sie da solche Motive, solche Kostüme schon, als Sie das Buch geschrieben haben, vor Augen? Oder wie wurden Sie da von Ihren Szenenbildnern oder Kostümbildnern unterstützt? Ja, mein Konzept war es, sowohl beim Kostüm als auch bei der Szenerie Anklänge an die Gegenwart zu nehmen. Es sind nie naturalistische Kostüme, kein naturalistisches Szenenbild. Es sollte auch was Künstliches sein. Der erste deutliche Hinweis bekommt man, wenn man nach London, wenn die nach London fahren, Wenn Sie genau geguckt haben, da habe ich am Rand das Chart und The Gherkin eingebaut, was natürlich logischerweise damals nicht gegeben hat. Also es soll nicht die Zeit um 1900 nachstellen, sondern es soll Anklänge an die Gegenwart haben. Und da haben wir uns so Entwürfe genommen, 20er Jahre angeschaut, das viktorianische Zeitalter angeschaut und haben überlegt, wie das sein könnte. Überraschend, wie wild die 20er auch in ihrer Nacktheit da teilweise waren. Und wenn Sie die Gang anschauen zum Beispiel, da hatte der eine, das ist so ein bisschen Gossip, so ein bisschen Punk, dass die auch so Popstars waren und so. Das sind immer so Anklänge an die Gegenwart und Ideen entstehen dann oft beim Machen. Diese Pigeonszenerie, die ist ganz zufällig entstanden. Mir war klar, es muss groß sein und so, aber erst wollten wir in NRW drehen und da haben wir als Location mal so eine Waschkaue. Ich komme nicht aus NRW, ich wusste gar nicht davor, was eine Waschkaue ist. Ich weiß es auch nicht. Es sind so große Hallen, wo die Bergleute sich umziehen. Also die ziehen sich in einem Stockwerk um, hängen ihre Kleider hoch und haben das Gegenteil. Die hängen dann tagsüber hoch und dann werden sie tagsüber gewaschen und so. Es gibt eine weiße und eine Schwarzkaue und das ist so eine ganz bizarre Geschichte. Und da wollte ich erst drehen, weil mich das so interessiert hat. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, dass wir ähnlich diese Kleidungsstücke, die hatte ich von Salzburg, da auch aufhängen. So entsteht manchmal auch durch Umwege, weil es doch eine Zusammenarbeit. Und man muss manchmal auch ein Auge dafür haben, manchmal auch aus einer Notlage. Dieses Polizeipräsidium ist einem gar nicht gebaut. Das ist die Aula der Uni von Gent. Aber für uns waren die Bilder so interessant mit diesen Treppen und wie das ist, dass in diesen fantastischen Bildern ganz einfach dieser Schreibtisch da reingestellt, das Büro ist. Und dann habe ich noch vier, zweimal vier für diese Stemmplatte vorgesetzt. Und das war dann das Büro von Tiger Brown. Manchmal entsteht was durch die Reduktion, dieses Radiointerview. Da haben wir auch nicht einfach ein Rundfunkstudio nachgebaut, sondern haben gesagt, wir machen einfach nur das Mikro und alles andere ist schwarz. Und machen alles, lösen durch eine 360 Grad mit konsequente Achtsprünge auf, auch um da gegen die Regeln zu verstoßen. Und so entstehen manchmal Dinge immer durch eine gute kreative Zusammenarbeit. Und so war es sowohl beim Kostüm als auch bei der Szenenbild. Also auch in dem Fall kann ich tatsächlich morgen die Doku empfehlen, die danach in der Mediathek ist. Da wird nochmal auch mit den Kostümbildnern und den Ausstattern gesprochen. Und man sieht auch das Schloss, in dem dann zum Beispiel die Hochzeitsszene gedreht wird und wie das alles dann so aufbereitet wird. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber die nächste Frage ist auch schon da. Ja, hallo. Auch nochmal vielen Dank von mir. Ich fand tatsächlich auch die Bezüge zur Gegenwart sehr gut und zum Teil auch sehr skurril natürlich, weil sie so stark wurden. Ich habe mich während dem Film nur gefragt, wie hätte Brecht sich wohl selbst Gerda gesehen? Und zum Teil fand ich, dass er dann doch so sehr heldenhaft wurde. Also selbst in der Autoszene, wo die Frauen dann so wie das Diktierte nochmal so nacherzählen, ist es dann dennoch so feierlich, weil sie eben den Brecht sprechen. Und ich habe mich gefragt, ob er sich denn hätte so sehr als Held sehen wollen. Können Sie dazu vielleicht was sagen? Also ich wollte ihn nicht als Held zeigen. Ich wollte ihn teilweise auch ein bisschen als Besserwisser und überheblich zeigen. Bisher war eher so der Eindruck, am Freitag habe ich zum Beispiel mit Stefan Auster gesagt, ihm hat der Film gefallen, weil der Brecht gar nicht so sympathisch ist. Ich sehe den Brecht so als Mittelpunkt eines Freundeskleises. Also er war sich bewusst, was er kann. Manchmal ein Hauch von Überheblichkeit, aber er hat auch was auf dem Kasten gehabt. So ist mein Bild von ihm, der auch so sich selber stilisiert. Deswegen auch habe ich reduziert auf wenige Kleidung. Und wenn, dann diese enge, lederne, kurze Jacke. Und dann der Mantel, der übrigens der Originalmantel ist, der viel zu groß ist und so. Also auch so eine Stilisierung. Wie kriegt man denn den? Ich glaube, der war in Augsburg. Da haben sich die auch schon die Stadtleute, die Promis in der Stadt schon fotografiert. Und haben uns auch stiliert. Ich glaube, dass der Brecht einer der ersten oder einer der frühen Stiftler war, der auch in den 20er Jahren bewusst so eine Marke Brecht geschaffen hat. Er wollte manchmal, hat er gezielt provoziert. Er hat überlegt, um Karriere zu machen. Karriere meine ich gar nicht negativ, aber um seine Kunst so in den Mittelpunkt zu stellen. Ich suche mal einen Freund. Das war Leon Feuchtwanger. Der war links. Das passt irgendwie. Zudem ist er nach München gegangen. Und ich suche mir auch einen Gegner. Und da kann er sich keinen Größeren in der Zeit raussuchen als Thomas Mann. Den hat er durchaus auch provoziert. Da hat er im Uhu mal geschrieben. Thomas Mann war naiv genug, um darauf reinzufallen. Und damit eigentlich Brecht eine Plattform gegeben. Und diese Sprüche, die ich ihm da in den Mund lege, das sind Provokationen, die auch ihn so charakterisiert haben. Der Bürgerschreck in den 20er Jahren. Und ich glaube, der Erfolg der Drei-Groschen-Oper hat, indem er so schnell zum Weltstar geworden ist, ihn auch schon ein bisschen so abgehoben in der Zeit gemacht. Dann kam die Exilzeit, die für ihn eine furchtbare Zeit war. Finanziell. Er ist nicht verhungert, aber eine sehr schwierige Zeit. Aber er wurde unwichtig. Und dann diese Kriegszeit, die ganze Gräuel, dass er da schon in der Zeit auch zum bewussten Schriftsteller geworden ist. Da war so eine Entwicklung in der Persönlichkeit da. Und wir sind eben schon in der Zeit, in der schon auch eine gewisse Überheblichkeit man mal gehabt hat. Und ich hoffe, das kommt schon zum Ausdruck. Ich glaube schon. Ja. Das ist die nächste Frage. Ja, noch eine Frage. Das Verhältnis zu Heinrich Mann von Bert Precht, gab es da eine Beziehung? Weil das war ja schon auch so eine Polarität, Thomas Mann, Heinrich Mann. Und Heinrich Mann hatte ja auch Probleme im Exil in den USA. Und eine weitere Frage, hat Precht denn viel Wert gelegt auf Ausstattung, also auf der Bühne, dass es sehr opulent sein muss? Also ich fand den Film grandios, aber ich fand ihn zu farbig. Also ich hätte die Frage, hätte er nicht auch schwarz-weiß funktioniert? Wie Precht ja auch nur schwarz-weiß in monochromem Format oder ja in seiner Kleidung erschien. Die erste Frage, natürlich war Precht Heinrich näher als Thomas Mann. Die hatten, natürlich haben sie sich in Deutschland kennengelernt, politisch war Heinrich Mann dem Precht näher als Thomas Mann, ist da klar. In den USA hat ja Heinrich auch ein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Bruder gehabt. Die haben nicht mehr so auseinandergewohnt. Precht in einem Blockhaus in Santa Monica. Wenn Sie jetzt sehen, es ist Pacific Palisades, wird ja jetzt in einer Stiftung umgewandelt, ein sehr reiches Haus von Thomas Mann. Das waren die zwei Exilgruppen. Entweder war man bei Thomas Mann, die Deutsche, oder man war bei Precht. Dazwischen gab es nicht, die konnten sich nicht riechen. Und der Heinrich war da und da. Wahrscheinlich eher politisch näher dem Precht, aber er war ja sein Bruder. Aber die noch spannendere Frage, die mir richtig unter den Nägel brennt, was mir ganz wichtig ist, Precht und seine Art der Inszenierung, diese, wie ich finde, Vorurteile, dass er Dogmatiker ist, alles so reduziert sein muss. Es gab ja Anfänge, vorgestern hat mich ein Kollege von dir gefragt, ein Kritiker, er hat gesagt, ja, auch so in ihre Richtung, Jean-Marie Straub, Fassbinder, Godard, die haben ja zu einer bestimmten Zeit versucht, auch so ein bisschen Precht'sche Elemente bei Straub ganz stark anzunehmen, indem sie sehr reduziert vorgegangen sind. Oder Fassbinder, Liebe ist kalter als der Tod, ist ganz klar ein Vorbild von Precht, warum ich das nicht mache. Und ich glaube, dass es alles für seine Zeit richtig ist. Bei mir kommt die Precht'sche Ästhetik, die Verfremdung dadurch zum Ausdruck, dass ich teilweise überhöhe und dann wieder breche. Vorgeführt an diesen Beispielen, was er selber macht, mit den zwei Monden, dann nimmt er ja den Nebensaal so hoch, bis er es so bunt treibt, bis er es merkt, er wird hier hochgenommen. Oder bei der Hochzeitszene, die ist so ekstatisch in ihrer Fülle und in ihrer Farben, bis der Bruch kommt und er dazwischen geht. Dass er selber ertreibt es bunt, da steckt es ja sogar drin. Genau. Und diese Vorurteile mit dem Grau, als Precht aus der Schweiz nach Ost-Berlin gekommen ist, hat er ein seiner wichtigsten Stücke Mutter Courage auf die Bühne gestellt. Und diese Mutter Courage hat er am Deutschen Theater inszeniert als Sinfonie der Grautöne. So reduziert, wie Sie es jetzt gesagt haben, alles hell, alles durchsichtig. Das war aber von Precht bewusst gemacht als Reaktion auf, wie er es genannt hat, auf Reaktion der Göring-Theater. Wenn Sie Theater im Dritten Reich sehen, das ist alles bunt, grell, laut. Wenn Sie Heinrich-George sprechen hören, das ist sehr viel Theatralik, viel Pathos. Und Precht hat seine Mutter Courage bewusst dagegen gesetzt. Sehr reduziert, Grau in Grau. Wir haben damals Mitglieder vom Ensemble erzählt, die damals dabei waren. Dieses Grau hat die Menschen so provoziert. Also das Grau war so eine Provokation, dass sie jetzt nicht ihre Farben kriegen können. Es war aber zeitgebunden, um so einen Gegenpol zu setzen. Bei anderen Inszenierungen wie 54 war die Uraufführung von der kaukasischen Kreidekreis. Das war bunt, das war mit Seidenstoffen, was für die DDR unmöglich zu der Zeit war. Das ist jeweils im Kontext zu sehen. Und deswegen glaube ich, wenn ich da nur so grau und so reduziert, hätte ich mir viele Möglichkeiten verdorben und den Film nicht ausgenutzt. Und es ist an dem Beispiel, glaube ich, ist es ganz plastisch zu sehen, dass die Grau immer nicht grundsätzlich zu Brecht gehört haben, sondern zu bestimmten Zeiten in seinem Schaffen gehört haben. Ja, wir haben fast keine Fragen mehr. Eine möchte, da ist noch auf jeden Fall eine. Waren zu kurz aufs Mikro, es kommt gerade. Weil wir es mitschneiden, deswegen ist es besser. Mir ist es auch aufgefallen im Film, dass das eine sehr starke Farbdramaturgie hat. Es gibt Szenen, die sind sehr entsättigt. Die sind fast nur grau und ein Hauch rosé. Und andere Szenen wiederum sind richtig knallbunt. Dritte Möglichkeit mit einem sehr starken Blauanteil. War das Ihre Entscheidung? Hat der Kameramann da mitgespielt? Wie lief da die Abstimmung? Wessen Idee war das? Also mein Konzept zusammen mit David Slamer war, dass diese Dreikroschenwelt eine Künstlichkeit hat. Wir befinden uns in einer Dreikroschenwelt, in einer künstlichen Welt mit Farben, mit ganz anderen Farbanteilen. Auch die Kameraführung ist anders. Die Kamera ist gefahren, ist ruhiger, ist mit mehr Totalen gearbeitet. In der Prechtwelt, die Welt der 20er, die ist eher dokumentarisch, entsättigter, hat ganz andere Farben. Also auch, um da den Gegensatz rauszuarbeiten. Manche Bilder sind gemacht als Gemälde. Wenn Poli die Bank übernimmt, eine gräle Farbe, das soll so ein Gemälde nachempfinden. Dann natürlich ganz extrem, vielleicht erinnernd an Kubrick ein bisschen, denke ich, die Szene, die wir dann in dem modernen Gefängnis mit ganz hohen Blauanteilen und kalt gedreht haben, um die Gegenwart, vielmehr die Zukunft. Das ist das Ergebnis eines Konzeptes. Und wir haben uns einfach sehr lange Zeit für die Farbgebung, für das Grading genommen. Das ist also durchaus so gewollt, diese großen Unterschiede. Man merkt es ja. Ja, also diese Kälte, die spürt man wirklich so richtig physisch danach. Die Reihe heißt, Was tut sich im deutschen Film? Und jetzt haben wir ja nun gehört, dass viel Aktualität drinsteckt in diesem Film. Jetzt fällt im Film aber auch der Satz, die Filmindustrie ist so doof, sie muss erst bankrott gehen. Wäre das deine Antwort auf, Was tut sich im deutschen Film? Oder wie würdest du die Frage beantworten? Ja, ich finde die Diskussion zwischen Precht und Nebenzahl sehr interessant. Und durchaus gibt es da einige Sätze, denen ich nicht widersprechen würde, die da der Precht von sich gibt. Aber ob die Filmindustrie erst bankrott gehen muss. Aber ich finde schon, dass ein gewisses Wachrütteln in gewisser Mut zu Neuerungen, zu Versuche, zu experimentieren, das im deutschen Film sehr gut tut. Gibt es da konkrete Inspirationen oder Leute, die du gut und wichtig findest gerade? Weil du siehst ja auch sehr, sehr viel allein durch deine Funktion auch beim SWR und deine Tätigkeiten sonst. Nein, ich wundere mich manchmal nur, wie auch Intellektuelle sagen, dass jetzt die amerikanischen Serien so vorbildhaft erzählt sind. Es sind Erzählformen, die es in der Literatur im 19. Jahrhundert gibt. Und wenn ich dann höre, dass es toll ist, dass Kevin Spacey bei House of Cards am Anfang, wenn er der Katze das Genick bricht, in die Kamera schaut, wie toll das ist. Das sind Experimente, die in den 20er Jahren und auch da gemacht wurde. Und man kann es machen, aber man braucht es nicht jetzt so innovativ und neu finden. Wir haben in der Geschichte, in der Kunst so viele Experimente. Und ich glaube, man kann sich auf das besinnen und kann daran anknüpfen, nicht um es nachzuahmen, sondern was Neues draus zu entwickeln, finde ich ganz wichtig. Das ist dir super gelungen. Und bevor wir dich verabschieden, möchte ich direkt noch darauf hinweisen, wie es weitergeht mit dieser Reihe. Denn wir haben ganz tolle Gäste auch im nächsten Monat. Wim Wenders hat sein Kommen zugesagt am 3. Oktober. Unbedingt vormerken. Er wird eine Karl Blanche bekommen, einen Monat lang seine wichtigsten, die Filme, die ihn am meisten geprägt und beeinflusst haben, zeigen. Und Papst Franziskus, die neue Doku. Und am 11. Oktober, wenn das nicht schon genug, kommt auch noch Detlef Buck zu uns und wird Asphalt Cowboys vorstellen während der Buchmesse. Asphalt Gorillas, ich sage es jedes Mal falsch. Gut, dass ich es noch ohne Buck gesagt habe. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hätte stundenlang noch zuhören können. Wir wünschen ganz viel Erfolg für den 13. September. Sagen Sie es weiter. Gerade das erste Wochenende des Kinostarts ist ganz wichtig. Wunderbarer Film. Großartigen Applaus. Joachim Lange, Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus